Und 11.53 Let me make something else very clear And as this pertains mostly to Freiland Actually exclusively to Freiland I want to say this in German In Freiland, sehr verehrte Damen und Herren von Fixnundi In Freiland wird es so sein, dass nicht nur, wie seit Ewigkeiten feststehend jeder Offizier, der irgendeiner der Streitkräfte der Vorgängerstaaten angehört, exekutiert werden wird Sondern darüber hinaus, jeder Offizier, nicht nur Ex-Österreich, bitteschön Und es ist übrigens auch der Vorstellung der Halber Nicht so, dass fucking Salzburg und fucking Oberösterreich und fucking Vorberg-Offiziere davon kommen werden So ist es übrigens auch nicht Nicht nur Ex-Österreich, sondern Tschechien und Ungarn und alles Niederlande Alle Offiziere, die rechts tun für die Menschheit Werden nicht nur exekutiert, sondern auch alle deren Sippe wird ausradiert werden Hinzu kommt der Umstand, dass Abwehramt und Heeresnachrichtenamt Generationen zurück quer ausgerottet werden Was bedeutet das? Ich werde sieben Generationen zurückgehen Sieben Generationen, wie erklärt, bei den Blutmechaniken Und alles, was sieben Generationen zurück Ich will ihnen auf operates herausfinden, wenn sie auch schon zuhrentOLGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVA-SULGVOGVOGVOFKVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVOFFBVOcoGVOGVOGVOGVOGVOGVOGVO ridge sia hooks, helmiggen Karmaes operieren uns Sitzusten aus K Ookain, ohneucherenabout phimpedめ請 und analysen Vielen Dank.